Wie geil wäre das bitte, wenn man kurz für 10 Sekunden die Augen zumacht, sich ein iMac wünscht und man dann die Augen wieder aufmacht und auf einmal ein iMac dasteht. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, ich träume. Hä? War wohl echt ein Traum. Schade. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.